hallo und herzlich willkommen hier auf meinem kanal hier bei holy lol und willkommen wieder zurück bei der eule bei dem phoenix und ich freue mich schon auf den tag ich grüße euch freut ihr euch auch schon moin leute jawoll wir freuen uns auch meine eule und ich wir sind am start und zuletzt ein wunderschönes spiel mit ihr richtig gut drauf und da kann man ja nur anbinden würde ich sagen wir haben wir haben diese woche jetzt glaube ich fünf spiele gemacht und vier gewonnen richtig also ich bin ich bin begeistert von uns wir spielen wunderbar als team zusammen und falls ihr auch als team zusammenspielen wollt leiten kommentieren abonnieren in die video beschreibung schauen man twitter kann folgende meintem shop mein creator gut eingeben holi lol falls ihr mich unterstützen wollt und ihr könnt auch kanal mitglied werden unten in unter dem video ist und so ein button da könnt ihr draufklicken und dann seid ihr kanal mitglied 99 cent ab 9 richtig ab 99 cent ja da sagst du was oh gott Der passt zwar gut, der passt zwar gut. Den habe ich nicht. Warum nicht? Normalerweise habe ich solche Bälle. Es hat mir einen Millimeter gefehlt, es tut mir leid. Das muss dir nicht leid tun. Ist ja was passiert. Nein, ich stresse nicht. Was sagst du so? Ja, sag ich so. Wenn der jetzt kein Tor passiert wäre, wäre das auch gar nicht so schlecht. Schlimm gewesen. Aber das war ja, ich mache nur Fehler, die dann auch in Tore resultieren. Also ich mache nur die guten Fehler sozusagen. Oh nein, der bammt mich. Er hat mich gebammt. Was? Ich bin ja ein florter Kamerad, deswegen habe ich mir den noch aus dem Tor gefischt. In dem Moment, wo ich den Ball nehmen wollte, hat er mich weg gebammt. Oh, da war ich froh, dass ich den Ball jetzt noch getroffen habe. Den hast du nicht. Doch, hat er aber. Scheiße. Ich wollte eigentlich weiterspielen, hat nicht geklappt. Oh, der ging gut aus. Im Ansatz, im Ansatz habe ich schon gesehen, dass der gut wird. Jawohl. Hab ich schon gesehen, dass der einfach nur gut wird. Schade. Er war ein bisschen schneller. Ich steck da leider über mich drüber, Mist. Okay, der spielt aber gleich jetzt den Tierweber. Ja, ich bin ja auch ein fixer Kamerad, ne? Eis. Sehr schön. Jetzt müsstest du wieder der Fixer sein. Ja, ja. Krieg mal hin. Ich versuchte mich durchzufahren. Was hat er vor? Oh ja, das war. Der war sehr interessant. Oh, hast du auch noch ein Spielpartner mehr? Das wird mir aber leid. Geht der? Nein, der Eid. Nee, der wurde ja auch wieder gespawnt, der Kollege. Warum spawnen die denn so schnell und ich spawnen nicht so schnell? Was ist mit denen los? Äh. Für dich. Jo. Entspannt euch mal, Leute. Nein, das ist nichts. Entspannend ist nicht. Schön gewartet. Sehr schön. Auch genau richtig gestanden. Ja, Vorsicht. Na mann! Watching you, geh weg! Geh doch mal rüber da. Ja. Steht da einfach im Weg rum. Die Sau. Geh weg! Hat er da zu suchen. Oh! Der war gar nicht an der Wand. Der war an der Wand. Er will mich zerstören. Steckt aber nicht hin. Der will mich banken. Hat er geschafft. Oh! Schade! Er kriegt den auch raus. Das gibt's gar nicht. Aber den kriegt er nicht mehr raus. Den kriegt er nicht mehr raus. Den kriegt er nicht mehr raus. Den kriegt er nur noch rein. Den kriegt er nur noch rein. In's eigene Tor. Ja, Mann! Hey, gegen unser Passspiel können die gar nichts ausrichten hier. Was da los? Da hat er das Winkelmesser angelegt, da. Genau. Boost mitnehmen und los. Ich wollte gerade sagen, und los. Ja. Der ist aber über mein Auto drüber. Nein! Oh! Nimm er mit! Jawoll, danke! Hat er! Hat er! Was sie gar nicht versuchen, Kollege, bis sie jetzt so langsam firrt. Haha! Oh nein! Oh nein! Der Ball war kacke! Ai, 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 ai! Hab ich mich gerade selber verzettelt. Ui! Damit rechnet doch keiner. Das hat den dortn verlängert. Richtig! Yo! Aber keine Chance gegen den Felix mit der Eule! Da kam der Fixe wieder. Da kam der Fixe wieder. Der Film ist nix. Achtung, der nächste! Ja, der geht aber nicht, der geht nicht. Ja, aber jetzt! Nein, ich hab ihn doch! Ich hab ihn doch! Schön, schön, schön! Nimm! Nimm! Du musst believen! Believen! I believe in you! Und wir haben's geschafft! Believen! Ach, Mann! I believe I can fly! Sechs Spiele! Sechs Spiele! Fünf Siege! I believe I can touch this guy! So oder so ähnlich, ja! I think about it every night and day! Ich kann sowas von nicht singen! Aber ist mir scheißegal! Jetzt krieg ich einen Copyright Strike, weil das noch besser war als das Original! Was ist denn hier noch? Nein! Na klar! Also! Das haben wir übrigens mal in der Schule tatsächlich gelernt, das Lied, glaub ich! Weil's halt vom Text her gut zu verstehen ist und weil man's halt gut singen kann! Ja, ja toll! Wir haben in der Schule gelernt, ein kleiner grüner Kaktus, weißt du? Steht draußen, am Balkan, hollerie! Und der macht ihn rein! No! Der hat auch einen grünen Kaktus! Die Angabe, die war gar nicht so perfekt! Nee, der war aber so schnell, der konnte ich nichts machen! Du hast den halt auch einfach mal gar nicht berührt! Der hat den so von mir weggespitzelt! Ich bin nicht so schnell! Ich versuche es zweimal, aber... Muss ich mal ein bisschen warten, dass da... Genau! Kann ich nämlich wenigstens das denn hier mal mitnehmen! Genau! Weil, wenn die so schnell sind mit ihren Speed-Angaben, da komme ich nicht... Da hab ich mich selber noch verhaspelt! Nicht gut! Kannst du da noch mal hin? Jawoll! Da geht nicht! Nö! Aber musst du jetzt ran? Ja, bin ich! Bin ich! Bin ich! Ja, ja, weil dir... Oh, den hab ich nicht! Das macht aber nichts! Ich hab hinter dir gewartet, weil ich gesehen hab, dass du drauf gehst! Das war gut, was du gemacht hast! Okay! Du hast den Gegner zu der Aktion gezwungen, die auch machen musste! Hey! Wie macht der das denn? Was ist denn das? Wie macht der das denn? Das war doch Glück bei dem! Nee! Guck mal! Das war doch Zufall, dass der genau immer so gelandet ist! Äh... Ja... Das zweite Mal mit Sicherheit! Da hat er doch den Lack des Todes gehabt! Hör mir auf! Ja, muss halt auch mal sein! Oh! Soll die Woche so beendet werden, wie sie angefangen hat? Ich hoffe nicht! Keine Ahnung! Aber dann werden es trotzdem sechs Wins und zwei Niederwagen! Richtig! Also... Immer noch... Leg da mal nicht ganz so viel Wert rein! Also richtig, okay! Bist du da nicht? Aber das ist ja nur, da willst du auf jeden Fall richtig wissen! Naja, also das ist auch kein Champagne, so bei mir! Sondern... Naja... Also... Leute! Ich will ja jetzt nicht mehr kommen oder so! Wird ich? Das hat er den, das gibt's doch nicht! Also ich muss noch sagen, das war bis jetzt unsere beste Torchance und du hättest dann in jedem Winkel spielen können, nur nicht in dem! Und ich bin genauso besoffen! Jawoll! Ich glaube, das Spiel verlieren wir! Weil ich halt einfach gerade auch nicht treff! Ich will dann mal stellen, dass du in dem Moment... Oh, ich habe mich zerstört! Ich sehe nichts! Ich war in der Wolke! Ich habe nichts gesehen! Das kannst du keinem erzählen! Guck mal, ich stehe in dieser Scheiß-Wolke drin! Ich sehe nichts! Hmmm! Das muss dir ein Video angucken, wenn das Video dann da ist! Ich habe in der Wolke gestanden, ich habe nichts gesehen! Keine Chance! Ja, natürlich! Achso, das ist übrigens auch noch ein Fehler, den man schnell aufdecken kann! Du bist jetzt zu einem Ball in der Luft gegangen! Ja! Den du hättest nicht mal annähernd in der Luft nehmen müssen! Also den brauchtest du! Nein! Ich komme nicht hin! Ich habe gesehen, dass es da nicht geht! Ich mache ihn daneben! Was machen Sachen? Oh! Ne, das Spiel ist... Es ist verflucht! Das Spiel ist verflucht! Es ist einfach verflucht! Ich wollte ihn gegen die Laufrichtung spielen und spiele ihn viel zu weit nach links... rechts! Wo warst du? Bei welchem Fehler waren wir? Äh, dass du in der Luft... Achso, irgendwas mit der Luft! Ja, du springst hoch zum Fliegen! In dem Moment, wo gar kein Gegner challenged! Das ist... Ja, zerstört mich! Aber er geht rein! Aber er geht rein! Wieder nichts gesehen! Wieder an der Wolke gestanden! Naja, du hast ja vorher geschossen! Ja, aber da... Ich habe aber nicht gesehen! Deswegen... Ich habe erst später gesehen, dass das dort gefallen ist! Ja! 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 Geil! Miao! Miao! Komm, wir haben noch bin ich Zeit! Wer war noch? Äh... Ich habe eiskalt den Boost verpasst! Achso, ja, okay! dann komme ich du hast immer noch kein boost ne ist auch nicht so schlimm das tor aber auch gerade nicht nur es ist wirklich wahnsinnig verhext ein richtig komisches spiel das spiel geht auch irgendwie nur um ich habe ihn getroffen aber er auch nicht aber gut da war ich gut da hätte eigentlich drin sein können alle beide in der luft gewesen oder spiele zumindest das rüber okay das auch so lange ja ich habe mich verpflanzt das dauert dass ich habe ich verpflanzt habe den ball nicht getroffen dass das wäre es das war wieder zu einfach am ende weil einfach einer wollte treffen das geht nicht er war mich schon ich war doch schon in der luft wie konnte mich denn banken jetzt hat er den ball selber reingemacht ja mann wir haben nur 15 sekunden sehe ich gerade deswegen spielt die auch nicht mehr ganz so ordentlich also der komische franzose hier der spielen spielt nicht mal richtig noch mal ich war so in dem spiel drin jetzt gefangen dass ich gar nicht gemerkt das ist das das wäre halt aufgeben den gefallen tue ich dir nicht wir hätten noch chancen gehabt ja wir haben aber am anfang zu viel kacke gemacht wir haben auch wir hätten jetzt fünf zu fünf gehabt wenn wir die zwei open netz gemacht hätten leider leute aber das ist mir egal das macht überhaupt nicht man muss aber wir haben die die woche wenn man das ganze wirklich gut gespielt bis auf meine fehler die die woche über passiert sind ansonsten ich bin total zufrieden ich bin total zufrieden super war das und wenn wir denken was wenn wir bedenken das waren immer champ 1 1 3 1 3 gegner in das wenn ich bin ich wenn wir jedes mal von sechs spielen nur zwei verlieren nichts besseres ich bedanke mich bei die phoenix ich danke dir auch für die einladung und für das zusammenspielen und hat sehr viel spaß gemacht es war eine wunderbare woche hat mir sehr viel spaß bereitet falls es euch auch spaß bereitet hat bleibt kommentiert abonniert hat rein tschüss und hier die grüße an meine kanalmitglieder an die lauten unterstützer vielen dank phoenix tombstone aksw vielen dank für eure unterstützung